Servus, grüßt euch und hallo zur Wochenwetter-Show für die Tiroler Zugspitz-Arena. Der September verabschiedet sich nun bald, doch das schöne goldene Herbstwetter, das bleibt uns erhalten. Zum Start in den Oktober wird es sogar richtig warm, also eine perfekte Gelegenheit, um vor der kalten Jahreszeit noch ein bisschen Sonne und auch Wärme zu tanken. In den letzten Tagen gab es auch schon relativ ruhiges Herbstwetter, allerdings hielten sich da noch ein paar hartnäckige Wolken und Hochnebelfelder am Himmel. Hier auf den Bildern unserer Livecam am Grubigstein sieht man die Reste davon. Am Dienstag und Mittwoch kann sich die Sonne häufiger mal zeigen. Anfangs kann es zwar stellenweise wieder ein paar Frühnebelfelder geben, die sollten sich aber schnell auflösen und dann scheint jeweils bis zum Abend die Sonne. Lassen Sie sich allerdings von der Sonne nicht täuschen. Wir haben es mit einem kühlen Nordostwind zu tun und damit schaffen es die Temperaturen kaum über die 10 Grad Marke. Es werden da maximal 12 Grad erreicht. Die Tiroler Zugspitz-Arena ist für Mountainbiker ein wahres Eldorado. Egal ob Genusstouren zu glasklaren Gebirgsseen durch wilde ursprüngliche Täler inklusive einer Einkehr in einer der zahlreichen Almen und Hütten der Region oder doch lieber knackige Singletrails bergab über Stufen, Felsen und Wurzelpassagen. Hier ist für jeden was dabei. Und falls Sie die Tiroler Zugspitz-Arena mit einem Local erfahren wollen und technisch noch ein paar Tipps bekommen möchten, dann wenden Sie sich doch am besten an das Team von Bike Guiding Zugspitz-Arena. Sie bieten jede Woche 18 verschiedene Mountainbiketouren an, sowohl für Cracks als auch für Einsteiger. Am Donnerstag und Freitag geht das traumhafte Herbstwetter weiter. Nach lokalem Frühnebel erwartet uns erneut Sonnenschein vom Feinsten. Es zünden dann höchstens mal ein paar lockere Wolken durch. Dabei ist es am Donnerstag noch relativ frisch. Am Freitag steigen die Temperaturen aber spürbar an. Es gibt dann zum Beispiel bis zu 15 Grad in Erwald und auch auf der Zugspitze gibt es wieder über 0 Grad. Am Wochenende und zum Start in die neue Woche bleibt es ungewöhnlich warm für Anfang Oktober mit knapp 20 Grad und auf der Zugspitze werden bis zu 5 Grad erreicht. Es sind dann zwar etwas mehr Wolken unterwegs, Regen ist aber kein großes Thema. Insgesamt überwiegt immer noch der freundliche Eindruck. Und nun wird es richtig deftig. Am Sonntag, den 4. Oktober, kommen beim Schlachtschüsselessen auf der Tuftel ein Blutwurst, Hauswurst, Leber und andere Spezialitäten auf den Tisch. Richtig verdient hat man sich die Schlachtplatte natürlich erst, wenn man zu Fuß oder mit dem Bike heraufgekommen ist. Dafür sollte man 1 bis 1,5 Stunden einplanen. Wege zur Tuftelalm gibt es viele. Zu Fuß geht es zum Beispiel über den böse Winkelweg von Lermos aus. Und wer am Sonntag lieber unten bleibt, der kann in die Sportart Golf reinschnuppern. Der Golfclub Tiroler Zugspitzgolf bietet nämlich jeden Sonntag um 15.30 Uhr eine Schnuppergolfstunde an. Mit der Gästekarte ist die kleine Einführung sogar kostenlos. Das Einzige, was Sie tun müssen, melden Sie sich bitte bis Sonntag 12 Uhr im Büro des Golfclubs an. Das war die Wochenwetter Show für diese Woche. Genießen Sie das goldene Herbstwetter in dieser Woche. Holen Sie sich noch ein bisschen Farbe, tanken Sie Ihren Sonnenspeicher auf und genießen Sie einfach Ihre Auszeit, Ihren Urlaub hier in der Tiroler Zugspitz-Arena. WDR 2021 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 WDR 2021